Herzlich Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Ghost Recon, mit dabei hinter mir der Fanggamer. Grüß dich. Der Sitzenplatz. Hat keine Lust mehr. Kampuck mehr. Na gut, ich lass die Drohne hier gleich fliegen. Wenn ich nachkomme. Ah, warte mal, ich möchte mal was probieren mit der Drohne. Nein, das versuche ich glaube ich nicht. Aber ich weiß, dass du, glaube ich, vorhast. Gut, ich versuche heranzukommen, aber... Ja, sage ich. Ja, einer ist zerstört. Ja, aber die sind da aufgeschleucht auch jetzt. Jetzt sind sie auch gescheucht. Ja, eben. Das wurde von mir. Aber gut, jetzt ist es schon wurscht, jetzt muss ich hart. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht gesehen, sondern sie sind hier richtig gelungen. Die werden die Kumpel gezogen, ich will sagen. Die Sniper sind geschissen. Was ist 25? Dann sterbe ich. Dann ist man tot. Da ist viel los. Bist du deppert. Oh. 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 Yes. Geht so. Ja, aber umständlich. Ich bin ja nicht sterben lassen. Sorry. Oh. Okay, jetzt muss ich noch wegkommen. Da gibt es nur eine große Küste. Zix. Das muss ich nicht. Sorry, ich dachte es geht so. Guck, dass ich mir Schaden mache. Oh. 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 Oder muss ich dich abholen. Nee, warte. Ich werde bei dir. Einfach. Alter, was ist. Blitzreise nicht möglich. Fahrsch. Fahrsch. Oh, ich komme. Ich hole dich ab. Nein, ich brauche eine Munitionskiste dann. Nämlich. Deswegen. Ja, dann fahr gerade runter da. Direkt zum Dings. Ja, warte. Ich muss erst ein Auto holen. Wir kommen hin. Ja, ich bin so gut. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Es geht meist. Ja, der ist nicht. immer cooler fliegen. Oh! Jep, danke. So, schauen wir mal, ich muss jetzt hinfliegen. Wahrscheinlich zu dem Story-Einsatz da oben. Genau. Sonst haben wir erkannt. Stimmt. Oh shit, das ist aber nicht die große Kathedrale, oder? Oh ja. Oh shit. Sag ja, wir haben einen Fix oder einen Auftrag. Ich würde nicht zu nah ran, du weißt, das sind die Raketen. Mhm. Da ist auch ein wenig von uns. Da ist auch ein wenig von uns. Da ist auch ein wenig von uns. Das ist eine Festung. Ich würde mal sagen, ohne aufzufallen, wird das nicht gehen bei einer Festung. Oh ja. Oder mal da oben, vielleicht? Wir müssten das halt nur wirklich mal systematisch machen. Oder auch nicht. wie das manager ist. Ich finde das nicht mehr so rein. So, das ist ja ein bisschen ein bisschen... Das ist ja schon ein wenig. Vielleicht sollten wir mal die Drohne steigen lassen. Das ist überhaupt keiner. Ohja. Das mag man so 15 Leute oder so. Ne, dort wo wir sind, meine ich. Ne, da sind neben uns. Wo viele rote Flecken? Ja, da ist schon aber. Aber? Dino. Ich bin verdächtig. Wir sind alle verdächtig. So, ich bin bei den Treppen. Sie ist erst schon unten. Das ist mal gut gegangen. Jetzt wird's heftig. Jetzt. Ja. Das ist der Erste. Super. Und er schießt schon. Gut gemacht. Siehst du jetzt mal an dich? Ja. Du bist viel zu englisch. Das sind 5 Gegner. Das hätten wir easy. Heimlich machen können. Ja, ich weiß. Das war ein Fehler. Was ist das? Ja. Was ist das? Ja, ich wurde nicht erdeckt. Ich glaube wir haben ein Problem von oben. Ja. Ja, ich weiß. Das war ich wieder. Entschuldigung. Nee, nee. Das sind wenig Gegner bis jetzt. Finde ich. Das ist echt. Perico muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ein Leben brauchen. Das ist der Raketenabwehr der stärkste eigentlich. Oh mein Gott. Silenzio, Matej. Geh in selbst. Ja, ja. Oh. Komm hinten raus. Ah, ich verhör ihn grad. So, jetzt grad? Mitten im Gefecht? Ich dachte im Zelt bin ich sicher. Ja, da kommen ja auch die Leute rein. Oh, halt sie mir vielleicht vom Leitermann. Ja, ich versuch's. Und vielleicht von allen Seiten gleichzeitig. Also, als Benutzer name gibt er ein BI, DI, BOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Schau, ich seh denn, ich schufe mich nochmal auf mich schießt. Heute bist du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Ja. Ah. Okay. Sorry. Sorry. Ich sag, du hättest rausgemessen hinten. Mit zu mir. Ja. Zumindest. Ich dachte ich bin da sicher drinnen. Aber auch von uns selbst. Nein. Nein. Na gut, da raschen wir jetzt rein. Durch. Da bin ich mir jetzt nicht zu sicher, ob wir jetzt durchraschen. Ja, wir sind rechts neben dir und nicht links. Scheiße. Sie sind schon auf die roten Punkte. Ich hab's. Ja. Und jetzt musst du mir zeigen, ob es doch immer so leicht ist. Aber gut. Wir sehen uns oben. Okay. Oha. 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 Hey Party people. Oha. Also zuerst haben wir dann schon ganz oben begonnen. Jetzt haben wir ja ganz unten begonnen. Ah, das ist die Würze. Scheißdreck. Ich bin nach oben. So, du hast ein Gefährt gehabt. Ja und was für ein Zeug? Du bist wieder der Funker, oder? Ja, das ist für eine Maschine, oder? Und ich bin tot. Sag doch, du bist viel zu hektisch. Du bist voll auf das Gebäude zugestimmt und rechts sind zwei Leute. Ich dachte, dass die auch wieder im Gebäude sind. Ja, da ist auch einer gewesen, aber der rechts war ja auch zwei. Ja, auf das habe ich nicht geachtet. Fuck it. Das sei ja viel zu hektisch. Warte, jetzt bist du schon wieder tot, jetzt habe ich dich gerade wiederbelebt. Ich? Nein. Oh, du bist schon wieder tot. Ich habe gar nicht gesehen, dass du mich da wiederbelebt hast. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Fail. Jetzt kann ich dich nicht mehr wiederbeleben, jetzt bin ich... Ne, kein Problem. Einmal okay, aber... Ja, ja, passt. Ich weiß, zu hektisch. Ich weiß. Okay, da kann ich leider immer mit dem Auto durchfahren, dann muss ich aussteigen und weitergehen. Oha, da kommt eine Akete auf dich. Auf mich? Am Mörser, oder? Ja, das kann sein. So, ich bin aber nicht mehr gejagt, also. Ich bin noch unentdeckt. Sie. Sie. Nein, Alter, was bin ich für ein Noob-Gamer. Ich schaffe es heute nicht, um mein Zweckgegner fertig zu machen. Das ist unglaublich. Das gibt es nicht. Das gibt es echt nicht. Und wieder mal hängt alles an, Ending. Oh oh. Oh oh. Ja, genau rechtzeitig. Er hat ihn verhört und ich wurde entdeckt. Egal, eins ist abgeschlossen. Ah, du bist dann auch gleich gestorben. Ja, er hat mich entdeckt und er hat ihn geschlagen und dann wollte ich wegrennen und wünsche dir das. Aber eins ist abgeschlossen. Ja, und ich würde sagen, gute Gelegenheit auch hier die Folge abzuschließen. Wir haben den Code, aber ich bin nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen, den Santa Blanca befangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Oh, Gott. Nicht einen, der frei rumläuft, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pakatari einklickt. Ja, schlag mich. Du hast recht, bitte schlag mich. So, na gut. Das machen wir nächstes Mal. Boah, wo bist du jetzt? So. So, soll ich das zeigen? Ja. Schau mal zu. Boah, bist du wahnsinnig? Boah. Hast du den Move, also den Move, hast du den Move gesehen? Hast du den Move gesehen? Nein. Ich bin der beste Fallschirmspringer. Ich bin echt ein Fallschirmjäger. Hast du das geschafft, oder was? Ja. Kurz bevor ich den Move gesehen habe, mit einer Fallschirmzone. Und tsch. Alter. Wartesgang. Ja, wurscht. So verabschieden wir uns. I like the Move, move it. Oh yeah. Oh yeah. Der Typ, der gerade eskaliert, ist der I-Ending-ZZ. Und gleich nochmal, bist du behindert? Und? Und zum dritten Mal bin ich oben unten aufgekommen und zerschellt. Also, hier mit einem schönen Fallschirmflug verabschiede ich mich. Haut rein. Hebt die Hand. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Nein, das geht nicht. Haut rein. Und tschau.